Angefangen habe ich ja nach Tschernobyl, nach Schweden und nach Dessin und dort, also schon in Schweden, schon in 87, habe ich gemerkt, dass die Fernseher und überall, die Universitätsleute haben gesagt, dass die Strahlung zu niedrig wäre, dass irgendetwas passiert. Und in der Schweiz wurde nicht geforscht, also man hat nur gemessen. Nur gemessen und nicht geforscht. Das ist ein tolles Zitat auch. Und man hat dann, also es gab dann irgendeinen Film am Schweizer Fernsehen, irgendwie 10 Jahre Jubiläum Tschernobyl und dann hat man gesagt, es hätte keine Schäden gelegen. Nach 10 Jahren? Also hat man gesagt, nur, man hat ja gar nicht geforscht. Man hat ja gar nicht geforscht. Man hat gar nicht sagen, ob es hätte gegeben. Und weil ich schon von Anfang an gemerkt habe, dass im Schulhaus von Oesterferneburg bei Sandwicken wurde der höchste radiomtiefe Niederschlag von ganz Wester und Europa gemessen. Und auch in diesem Schulhaus hat man den Sand im Sandkasten nicht ausgewechselt. Das ist ja jetzt wie in Fischirma. Und die Bauern haben Heu vor das Ministerium getragen und protestiert. Und da ist nichts passiert. Also man hat ja die Werte, also die Schwelle auch nach oben gebracht, damit das Fleisch verkauft werden kann. Und irgendwie, und ich habe viel mit Leuten gesprochen und auch mit einem Veterinär, der gesagt hat, dass es Missbildungen bei den Tieren gibt und Krankheiten. Und er hat, das zeige ich dann in meinem Vortrag, das auch im Buch drin, diese Kleepflanze, die dunkelrot war und diese gelben Blüten anstatt rosa-rote Blüten. Und ich hatte die Wiesen und die Sträucher, die waren dunkelrot. Und damals wusste man ja noch gar nichts von Tschernobyl. Also im 87 wusste man gar nichts. Und ich war in einem kleinen Hotel in Gysigny und dort hatte es einen Laden gehabt, wo die Frauen gestricktes und selbstgebackenes und sowas verkauft haben. Und mit dem bin ich in Kontakt gekommen. Und zwar hatte es, der erste Abend war wahnsinnig schön. Und dann hat es einen Fluss gehabt, bin ich dorthin und dann haben mich tausend Möcken gestoppt. Aber ich habe gesehen, dass das Hotel war in einer alten Fabrik, dass es ganz viele Sitzbänke gab draussen. Und habe mir gedacht, wenn es Sitzbänke gibt, dann sind die Leute früher auf den Bänken gesessen am Abend und da waren keine. Das heißt, es muss irgendetwas passiert sein. Dann habe ich geschaut, wie die Dektation ist und gesehen, dass es praktisch keine Vögel gibt. Und habe dann in diesem kleinen Laden gesagt, ich weiß, warum ihr Möcken habt. Und das hat dann eine Welle ausgelöst. Dann ist die Fall erledigt. Ihr müsst so stehen, warum ihr die Möcken habt. Dann hat es auch Leute gehabt, die haben mir gesagt, als die Tjanobilwolke dort ankam, in der Nacht vom 28. zum 29. sind viele aufgewacht, es hat wahnsinnig geregnet und sie sind am Fenster, in der Nacht am Fenster gestanden, mit einem ganz komischen Gefühl. Und da habe ich gedacht, der Körper hat wahrscheinlich diese veränderte Spannung oder ich weiß nicht was, aufgenommen. Aber der Verstand konnte natürlich nichts damit anfassen. Und so kam ich ins Gespräch mit den Leuten. Und ich habe einfach gesehen, ich hatte ja in 1969 angefangen, man es zu sammeln. Ja, stimmt. Also nicht systematisch, aber ich habe sie doch angeschaut und ich habe gesehen, auf welchen Pflanzen kommen sie vor und welche Arten sind häufig und so weiter. Und in Schweden habe ich dann die ersten geschädigten Pflanzen gesehen. Das habe ich unglaublich erschüttert. Unglaublich erschüttert. Also meine Träume und alles waren... Da war gerade diese... Vorher habe ich den Film gesehen von Tarkov, heisst er, glaube ich. Tarkovsky? No, nu, nu, nu. Lääh... Ähm... Ich erwähne das auch. Ähm... Wo ein Atomunfall passiert und der Mann muss irgendwie mit einer Hexe schlafen und dann wird das alles wieder zurückge Hann Final? Apfer? Apfer? hat auf Deutsch? Sacrifice? Sacrifice. Und ist totgedrehte Schweden, stimmt. Und äh... Irgendwie mit dem Film und spitze Agrizi Das ist unglaublich erschüttert. Und dann habe ich instinktiv gewusst, dass was ich da sehe, das ist die Strahlung mit der geschädigten Pflanze. Und ich wusste ja überhaupt nicht mehr, wie sieht eigentlich ein Ahornblatt aus. Ich war, alles was ich gelernt hatte, musste ich wegwischen und mich komplett leer machen und neu orientieren. Und das war später auch das Schwierige im Gespräch mit Leuten, also auch mit Wissenschaftlern, dass die, die einfach zu altmodisch dachten. Kommt dazu, dass, man hat mir auch vorgeworfen, ich hätte keine Referenzbiotop. Ja, aber Sie sagen ja in Ihrem Buch, es wird ja immer schwierig, überhaupt nichts zu hören. Also, eigentlich gibt es keines mehr. Genau, so haben Sie es gesagt. Also man kann nur noch vergleichen. Das heisst, die heutigen Naturwissenschaftler werden nach dem dualistischen Prinzip unterrichtet. Das heisst, hier gut, dort böse, hier Paradies, dort Hölle, oben, unten, links, rechts. Also das sind alles diese dualistischen Prinzipien, während die Radioaktivität funktioniert nach dem stochastischen Prinzip, nach dem Zufallsprinzip. Und das Zufallsprinzip habe ich eigentlich mit diesen Reihen von Fliegen, Thoraxen, die ich gemalt habe. Nach dem Zufallsprinzip hatte ich das wie schon in der Malerei vorher in meinen Körper und meinen Geist hineingenommen. Und dann wusste ich einfach, das ist die Hölle. Also das ist wirklich, also die Hölle, das ist wirklich ganz schlimm, was da abgeht. Und das mit diesen niederen Strahlendosen, das ist einfach für mich ein Fakt. Also das kann man mir nicht mehr ausreden. Ja, wie das auch so ist. Und ich habe eben, ich bin ja nicht nach Tscheliabinsk oder so, sondern ich wollte in der Schweiz meine Arbeit machen. Und in Deutschland oder in den USA. Also einfach dort, wo man sagt, ja, unsere AKWs sind sicher, Tschernobyl passiert bei uns nicht und so weiter. Aber bei uns passiert Tschernobyl im Kleinen, im Täglichen. Und meine neueste Studie ist im Entlebuch, das ist auch da drin. Das wusste ich allerdings damals noch nicht, als ich das geschrieben habe. Aber da sind alle vier AKW im Kanton Aargau und Solothurn plus das Zwischenlager und das Tausch-Herrer-Institut. Ist im Norden und das Tal ist genau Nord-Süd und da kommt immer die Biese, kommt in das Tal hinein. Und da sterben Kinder an ihrem Geburtstermin. Und zwar, da war 2018 sechs Kinder innerhalb von zwei Wochen gestoppt. Das wird alles individualisiert. Die Kinder werden nicht obduziert. Man spricht nicht davon. Die Familien wissen nichts voneinander. Und im Spital ist das kein Thema. So entstehen die Statistiken. Und dann habe ich jetzt überall dort, wo diese Familien leben, also ich habe diese Information bekommen über einigermassen, wo die Leute leben, obwohl das ein heikles Thema ist. Aber ich habe überall dort was gesammelt. Und ich finde, so ein Städtchen wie Schüpfheim oder ein Dorf wie Schüpfheim sollte eigentlich evakuiert werden. Dort sollte niemand leben. Das ist einfach ein kleines Verbrechen. Und ich bin immer wieder mal mit einem Bundesrat in Kontakt. Oder ich sage, wenn ich ein Interview gebe oder so, da passieren tut überhaupt nichts. Eben, weil man eigentlich einerseits den emotionalen Bezug überhaupt aufgegeben hat, aber auch einfach den Menschen wahrscheinlich an und für sich aufgegeben hat. Aber wenn ich die Karte anschaue, wir hatten im Tessin 24'000, 26'000 Becquere. Ja, Becquere auf 1 Meter Höhe. Also das entspricht zum Teil mit den Werken, die jetzt in der Fukushima-Gegend sind. Ja. Bei uns hat man gar, also man hat gesagt, man darf nicht mehr fischen. Natürlich am Lago di Lugano oder Maggiore, auf der italienischen Seite hat man natürlich Pilze gegessen und gefischt und alles. Aber die Schweizer waren ein bisschen strikter, aber vielleicht ein Jahr oder so. Ob das zählt, hat ja eine halbe Zeit von 32 Jahren, ist ja noch nicht mal abgelaufen. Und bleibt eben 320 Jahre biologisch vorhanden. Also immer immer... Entschuldigung, Mühleberg, genau. In den Sedimenten, da steckt das ja alles drin. Die Leute fragen sich, woher kommt es, wenn es sich da immer anreichert. Da war ein ziemlich großer Unfall. Und früher hat es eine Gruppe gegeben, die haben private Messstationen gehabt. Die haben herausgefunden, dass ein Unfall passiert ist. Und die sind also gegen das AKW und die Behörden vorgegangen und die mussten dann das zugeben. So läuft das. Und in der Schweiz. Also in der Schweiz denkt man, aber das denkt wahrscheinlich jeder über seine Nation, dass wir wirklich saubere Leute haben. Aber das Problem ist, dass in den Aufsichtsbehörden sitzen die AKW-Freunde. Und was die sich erlauben, ich habe jetzt da zum Beispiel, also im Zwischenlager, in der Schweiz im Zwischenlager, gibt es einen Plasmaofen, wo radioaktiver Abfall verbrannt wird. Und was für ein Abfall wird dort verbrannt? Wir hatten zwei Reaktoren mit einem Mega-Atomunfall. Also die Schweiz wollte ursprünglich Atombomben. Sie hat im Dritten Reich, bei den Nazis, hat sie noch Uran gekauft, kurz nachher, vor Ende des Krieges. Von den Amerikanern hat sie auch die Schweiz auch noch bekommen. Also man wollte eigene Reaktoren bauen, um Plutonium herzustellen, damit man nicht abhängig ist vom Ausland. Und die wollten ja auch nichts mehr geben. Die wollten ihre eigenen Atombomben machen. Dann hat es bei beiden Reaktoren, die das produzieren sollten, hat es ein Meltdown gegeben. Oder also in Lusons, die Röhren. Das habe ich gelesen. Ja, das habe ich gelesen. Und dann hat es noch einen anderen kleinen Reaktor gehabt, den man in den USA gekauft hat. Das war der erste, aber mit dem konnte man kein Plutonium produzieren. Also war da eigentlich nichts Nutze. Und diese drei Reaktoren werden jetzt verbrannt. Und das ist genau 60 Kilometer im Norden von diesem Tal, oder? Und die, das habe ich nicht, also, das habe ich jetzt noch nicht, das ist Grundremin. Okay, Grundremin in Deutschland. Und die verbrennen nur im Winter. Und im Sommer sterben die Kinder. Und wenn die Kinder, die empfangen werden, sozusagen im Winter, die sterben werden, wenn sie auf die Welt kommen sollen. Also wenn sie auf die, ja, ihren Geburtstermin. Ah, was ich sagen wollte. Wegen diesem Zwischenlager und diesem Plasmahofen, habe ich jetzt nochmal angefragt. Also beim Ensi, das ist das Eingenössenspektoror. Sagen Sie mir, welche Radionuklide kommen dort raus und wie hoch sind die Emissionen? Ja, ich müsste dem Zwielager, also diesem Zwischenlager schreiben. Das muss gigantisch sein, was da rauskommt. Dann habe ich natürlich im Haus-Scherler-Institut geschrieben, weil ich dachte, das wird von denen betrieben. Ich denke, es wird von denen betrieben. Also, im Zwischenlager, das ist ja einfach ein Zwischenlager. Eben, die sagen, ach, wissen wir nicht, wissen wir nicht. Viel besser. Also das Zwischenlager hat mir geschrieben, die Daten, das ist hoch, das ist geheim. Ja, genau. Also das ist ein Zitat, das behalte ich, sozusagen. So ist es. Und diese Frauen in dem Film, die sind genau dem ausgesetzt. Und wir müssen einfach verlangen, dass die Fragen beginnen. Wir müssen einfach verlangen und die Leute, unsere Politiker wirklich zwingen. Und in der Schweiz haben wir ja dieses Offenlegungsgesetz. Das heißt, eigentlich muss alles offengelegt werden. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Also eigentlich, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Luft habe, werde ich dann der Bundesrentin Leuthard schreiben und sage, das Zwischenlager hat mir das gesagt, das finde ich unakzeptabel. Ich bitte sie mir, die genauen Daten zu schicken. So, also, aber es braucht so viel Kraft und so viel. Ich habe es fast nicht mehr. Ich packe es fast nicht mehr. Und so geht das immer. Also, ich... Ich habe es fast nicht mehr. Ich habe es fast nicht mehr.